Hallo, ich grüße Sie. In verschiedenen Videos hatte ich die Grundprinzipien der digitalen Lehre, die über eine bloße Anreicherung der klassischen Lehre mit digitalen Elementen hinausgeht, beschrieben und ein Integrationsmodell vorgeschlagen, das die digitalen Elemente in der Inhaltsvermittlungsphase zu unverzichtbaren Bestandteilen macht. Dabei wird ein Arsenal aus digitalen Elementen benötigt, Texte, Videos, Animationen, Simulationen und im Hörsaal kommen zahlreiche Technologien zum Einsatz. Dazu kommt noch eine Reihe sogenannter Szenarien, von den sozialen Medien über die Nutzung offener Bildungsmaterialien bis hin zu einem hohen Grad an Individualisierung. Ein solches Lehrformat nennt man auf Hochschulebene den Inverted Classroom. Doch wie funktioniert dieses zugegebenermaßen komplexe Lehr-Lernformat? Meiner Erfahrung nach, und wir setzen das Modell seit 2006 ein, lassen sich fünf Gelingensbedingungen definieren. Eine erste Bedingung ist eine hohe Qualität der in Phase 1 verwendeten digitalen Elemente. Es reicht nicht, einfach nur ein Lehrvideo anzubieten, sondern in fast allen akademischen Feldern benötigen wir zusätzliche Texte, Literaturhinweise und weitere multimediale Materialien. Doch hochqualitative Inhalte allein reichen noch nicht aus. Die Lernenden benötigen Anreize, diese auch durchzuarbeiten. Das kann über Zertifikate, digitale Abzeichen, über Highscore-Systeme, aber auch über in den Ordnungen festgelegte Studienleistungen gewährleistet werden. Die anschließende Präsenzphase muss ebenfalls gut durchdacht sein. Ein einfaches Durchüben von vorhandenen Aufgaben reicht nicht aus. Hier ist hohe Fantasie und ausgefeiltes Übungsmaterial geboten, um die Lerner auch in Zeiten des Wegfalls der Präsenzpflicht in die Lernräume zu bekommen. Und dann benötigen wir vielfältiges Assessment. Neben den in die beiden Phasen integrierten Assessments kommt dem formativen Wissenstest als Überprüfungsmodul für die Durchdringung der Inhalte eine besondere Bedeutung zu. Und da es noch sehr wenige flächendeckende Erfahrungen mit funktionierenden Inverted Classroom-Formaten gibt, sind permanente Evaluationen unverzichtbar. Das Modell gehört immer noch auf den Prüfstand. Schauen wir mal hinein, wie wir im Virtual Linguistics Campus diese Anforderungen realisiert haben. In der Inhaltsvermittlungsphase bieten wir die Inhalte von Lerneinheiten in sogenannten Virtual Sessions als einem multimedialen Mix aus Texten, Grafiken und Animationen verknüpft mit Lehrvideos aus unserem YouTube-Kanal an und überlassen den Lernern die Wahl. Mit dem interaktiven Tutor können die Lerner zusätzlich ihr Wissen ohne Gefahr durchzufallen selbst überprüfen. Zusätzlich bieten wir die Inhalte auch als E-Book-Formate an, um auch ohne Internetzugang das Lernen zu ermöglichen. Und schließlich gibt es noch ein System von Leitfragen, mit denen man sich durch die gesamten Inhalte hangeln kann. Gelingensbedingung 1 sollte somit erfüllt sein. Und auch im Assessment-Bereich haben wir ja enorme Anstrengungen unternommen. Wir bieten unseren Lernern die integrierten Selbsttests, die formativen Mastery-Tests und das Live-Voting an und können Ihnen genauso wie den Kursbegleitern in jeder Phase Übersicht über den individuellen Lernstand verschaffen. Dabei kommt den zwischengeschalteten Mastery-Tests eine besondere Rolle zu. Mit Ihnen wird das Wissen, das in den Virtual Sessions erlangt werden sollte, überprüft. Ja, es sind reine Wissenstests. Waren dies bis 2015 noch Multiple-Choice-Tests, sind es nun nur noch Dynamic-Choice-Tests oder Tests mit Texteingabeoptionen. Und Lernbegleiter wie Lerner haben jederzeit Zugriff auf die Ergebnisse. Tja, und die Präsenzphase, die funktioniert schon seit langem. Mit diversen Optionen und Materialien und einem Fokus auf den fachspezifischen Kompetenzen halten wir die Lerner in angepassten Sitzordnungen auf Trab, und erreichen auch nach abgeschaffter Präsenzpflicht mit ca. 70% ordentliche Teilnehmerzahlen. Wie wir diese Zahlen ermitteln und welche Ergebnisse unsere Evaluationen zutage fördern, das schildere ich Ihnen in einem zweiten Video. Fürs Erste danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.